Herzlich willkommen bei Romex. In diesem Video möchten wir demonstrieren, wie stark unser Romex-System ist. Dafür reisen Sie mit uns ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten, genauer gesagt nach Dallas, Texas, wo wir das System unter extremen Bedingungen seit sechs Monaten testen. Unser Kollege Tom Kirk berichtet gemeinsam mit Phil Graves von unseren Tests. Unsere Romex-Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt und bilden so ein dauerhaft stabiles System aus Bettung und Fuge für den privaten und öffentlichen Bereich. Von unseren Romex-Systemen sind wir so überzeugt, dass wir darauf als erster und einziger Hersteller der Branche eine Garantie von bis zu zehn Jahren bieten. Die Romex-System-Garantie. Diese Testfläche ist im Romex-System verlegt worden. Es besteht aus einer sieben Zentimeter starken Schicht Trassbettung, einer hochwertigen kunststoffmodifizierten Haftschlämme und in diesem Fall dem Pflasterfugenmörtel Rompox Ecofine zur Verfugung der zwei Zentimeter dünnen Keramikplatten. Zu diesem Zeitpunkt hat die Testfläche bereits sechs Monate mit Unwettern, extremer Hitze sowie Bodenfrost und schwersten Belastungen hinter sich, vor allem durch Schub und Scherkräfte von Trucks, die über die Platten gefahren sind. Um diese Stabilität und Zuverlässigkeit unter Beweis zu stellen, haben wir vor Ort noch einmal Härtetests durchgeführt. Und zwar mit einem Tieflader und einem Sattelzug. Aber das ist noch nicht alles. Wir sind nicht bis nach Texas gereist, um nur ein paar Trucks zu sehen. Nein, wir wollten es wirklich wissen. Dieser ganz besondere Härtetest wird Sie restlos von unseren Romex-Systemen überzeugen. Überfahren, drehen, bremsen, stehen bleiben und wieder anfahren. Das Romex-System hat alles mitgemacht. Keine Beschädigungen. Einzig ein wenig Dreck ist zurückgeblieben. Doch dank Romex-Fuge auch kein Problem. Kurz mit dem Hochdruckreiniger abgesprüht, sieht die Fläche aus wie am ersten Tag. Musik Einzig ein wenig Dreck. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.